Kulturen Berlin Tierlist, herzlich willkommen! Ja, nach einer Woche Pause sind wir wieder am Start. Wir ranken heute die Meyers der Bundesliga-Geschichte. So einfach ist es. Meyers. Meyers halt. Einfach Meyers. Gibt es in krank vielen Schreibweisen? Ja. Also wirklich, manche davon sind krank. Ja. Also wir haben auch ein paar Meyers mit drin, etc. Sag das doch nicht vor, ey. Kann man doch sagen, kann man doch sagen. Wir haben Platz für alle Meyers. Weißt du, wir diskriminieren nicht. Absolut. Also es gibt die klassischen A, I, E, I, A, Y, E, Y. Aber es gibt auch, was haben wir hier, A, I, R einfach. Meyr. Meyr. Dann gibt es, was habe ich gelesen, M, E, I, J, E, R. Auch nicht schlecht, ja. Mit A, J gibt es natürlich auch in anderen Ländern. Wir haben nicht gesagt, wir ranken nur deutsche Meyers. Wir ranken einfach Meyers. Alle Meyers dürfen mit Meyers. Chat, jetzt könnt ihr einmal raten, was reimt sich auf Meier? Ähm, Geier. Auch, oder Reier. Mhm, oder Weier. Richtig, hatte ich auch überlegt, ob wir das machen. Aber wir ranken Eier. Die alte Leier. So. Moneyball im Fußball ist, wenn zum Beispiel der FC Brentford datenbasierte Transfers tätigt und damit erfolgreich ist. In den Unweiten des Internets gibt es viele Gauner, die eure Daten transferieren wollen, mit euren Daten Moneyball spielen wollen und da sagen wir halt Stopp, so nicht. Und das sagt auch CyberGhost, der Partner des heutigen Videos. Ja, CyberGhost ist ein bisschen wie Sven Ulreich, meistens im Hintergrund aktiv, pöbelt, wenn es sein muss, ist immer da, wenn man gebraucht wird und dabei sehr erfolgreich. Denn das auf Trustpilot am meisten empfohlene VPN kümmert sich mittlerweile seit über 15 Jahren um die Privatsphäre von über 38 Millionen Nutzern. Ein VPN ist ein virtuelles privates Netzwerk, das deine IP-Adresse verbirgt, deine Daten verschlüsselt und deinen gesamten Datenverkehr durch einen gesicherten VPN-Tunnel leitet. Wenn ihr also mit CyberGhost im Internet unterwegs seid, dann stellt euch einfach vor, ihr seid Manchester City und niemanden interessiert so ganz genau, was ihr da eigentlich alles macht. Nicht mal CyberGhost selbst, die deine Daten dank ihrer No-Logs-Richtlinie nicht aufzeichnen und auch nicht speichern. Gleichzeitig blockt euch CyberGhost 40 Streaming-Plattformen frei, einfach Online-Standort ändern und dann bis zu 40% mehr Inhalte bei Netflix und Co. zur Verfügung haben. CyberGhost gibt es auch als App für alle wichtigen Online-Plattformen und mit einem einzigen CyberGhost VPN-Abo kannst du bis zu 7 Endgeräte sichern und so zum Beispiel mit deiner Familie teilen. CyberGhost ist dabei so benutzerfreundlich, dass nicht mal Boris Becker fragen muss, bin ich schon genug oder was? Also, klickt jetzt auf den Link in der Videobeschreibung und sichert euch 83% Rabatt auf den VPN von CyberGhost. Du zahlst 2 Euro und 3 Cent für einen Monat und bekommst zusätzlich noch 4 Monate gratis oben drauf. Eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie gibt's auch noch. Und jetzt viel Spaß mit dem restlichen Video. Äh, unsere Tier ist heute von unten nach oben. Oder von oben nach unten? Ne, von unten nach oben. Ganz unten, tausendjährige Eier. Genau. Haben wir, glaube ich, schon mal an anderer Stelle drüber gesprochen, in irgendeinem Content-Peace. Ist das so? Jaja, ich hab's auf jeden Fall schon mal erzählt. Das sind einfach Eier, die vergraben werden für ein halbes Jahr oder so und dann werden die köstlich weggeschmaust. Die werden für mehrere Wochen bis Monate in einer Mischung aus Ton, Asche und Salz eingelegt, wodurch das Eiweiß dunkelbraun und geleeartig wird und das Eigelb eine cremige grün-graue Farbe annimmt. Ton, Asche, Salz, die alte Punkbank aus Deutschland, kennt man ja. Kein guter Name. Tonsteinische Herben ist da. Ich weiß. Aber Ton, Asche, Salz. Salz ist auch nicht schlecht. Der Geschmack ist intensiv und erinnert an eine Mischung aus Ammoniak und Schwefel, während das Aroma an Blauschimmelkäse erinnert. Hm. Also. Ammoniak und Schwefel. Da hatten sie mich. Bei Blauschimmelkäse war ich raus. Ja. Nein, eigentlich umgekehrt. Blauschimmelkäse finde ich nicht schlimm, aber Ammoniak, also Ammoniak ist ja einfach böse. Ja. Ist das nichts, wo man sagt, ich hab Bock auf ein bisschen Ammoniak. Das ist einfach eine Straftat. Ammoniak ist dann brown, aber trotzdem ganz gut in die Saison gekommen, oder? Wow. Ja, historisch gut. Tatsächlich historisch gut? Also nicht er, sondern sein Team. Ja, okay, nice. Zweit unterste Tier sind natürlich, Christoph Krüger, erkläre dich, die Moha-Eier. Die Moha-Eier, wissen wir alle, das sind Eier der Rotbauch-Klapperkröte, die in manchen Teilen Indiens als Delikatesse gelten. Diese Eier haben eine ungewöhnlich feste, gummiartige Textur und einen intensiven, erdigen Geschmack, der für viele gewöhnungsbedürftig ist. Haben wir über die Jahrhundertjährigen gesetzt, weil ich finde, dass, wie die Jahrhundertjährigen beschrieben werden, also da finde ich alleine den Prozess eklig, die Farbe eklig und den potenziellen Geschmack eklig. Hier sind es halt einfach nur Eier von einem vermeintlich nicht so attraktiven Tier. Vermeintlich. Vermeintlich. Es gibt Krötenfans. Ich hatte noch nicht viele Begegnungen mit der Rotbauch-Klapperkröte. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Wir sind in der Mitte bei den ganz klassischen Senfeiern. Die ganz klassischen Senfeier haben wir in die Mitte gepackt, weil das ist auch wieder so eins, wo sich so ein bisschen die Geister scheiden, um genau zu sagen, Nico und mein Geist sich scheiden, weil ich finde sie geil. Ich finde sie jetzt nicht katastrophal, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, mir irgendwo Senfeier zu bestellen. Du würdest sie immer noch lieber als Moha-Eier essen. Sicher nicht. Siehst du. Sicher nicht. Deswegen gehören sie da drüber. Dann haben wir als Zweithöchstes den klassischen Eiersalat. Ist eine gute Sache. Ist eine gute Sache, gibt es aber auch in mehr oder weniger gut. Ja und ist für mich auch so eine Sache, wo ich so einmal im Jahr esse ich so Eiersalat und dann finde ich es auch in Ordnung, aber ich habe dann nicht so in mir den Reiz zu sagen, ich brauche morgen wieder Eiersalat. Es gibt tatsächlich zwei gute Eiersalate im Supermarkt in meinen Augen. Mach keine Werbung. Nee, mach ich auch nicht. Der eine ist ein klassischer. Der andere ist Bacon. Nee, und der andere ist vegan tatsächlich. Glaube ich. Ja, muss er. Also Fleisch ist da eh nicht drin. Ich glaube, der ist vegan und der schmeckt tatsächlich sehr, sehr gut. Ist das dann von der Eibe oder was? Oh Gott. Wie gesagt, mir ist das persönlich nicht wichtig, aber der war irgendwo mal und dann habe ich den gegessen. Sehr, sehr lecker. So ein guter Scheißgag. Okay. Und ganz oben ist die höchste Form, die ein Ei werden kann, wenn es kein Tier wird, das Spiegelei. Das Spiegelei. Most versatile Ei. Ja, grundsätzlich, also man hätte natürlich hier immer noch die anderen klassischen Dinge. Rührei, Omelette. Aber niemand wird sich einig bei gekochtem Ei, Rührei, Spiegelei. Wir haben hier rumgefragt im Büro, jeder hatte eine andere Nummer eins, deswegen haben wir nur eins davon genommen. Gekochtes Ei hätte hier auf jeden Fall auch für mich reingekonnt. Rührei hätte ich frech gefunden als höchste Form des Eis. Ja, ich liebe Rührei. Ja, zum Beispiel meine, du meinst, aber Spiegelei ist auch weit oben, weil ich liebe Spiegelei auf Brot. Ja, ist auch saugeil. So wie Mike Krüger. Ist auch richtig gut. Wie Mike Krüger? Und der Außenminister, ja, was glaubt ihr, was ist der? Spiegelei auf Brot. Ja, okay, Mike Krüger, nicht Krüger, oder? Krüger, ja. Und das sind die Tears, jetzt ranken wir die Namen. Vorher müssen wir noch sagen, die letzte Abstimmung, herzlichen Dank, habe ich gewonnen. Das heißt, ich darf heute Krügi einen Scheißhaufen in seine Liste setzen und ein Ranking verändern nach oben oder unten. Ja, für alle, die vielleicht das erste Mal dabei sind, wir haben nämlich Joker, die wir jede Folge auslosen und der Gewinner, denn es geht darum, dass ihr am Ende für das Ranking von einem von uns stimmt, abstimmt, könnt ihr unten beim Pint Kommentar machen. Und du hast jetzt mal aus Mitleid meines Erachtens gewonnen. Ja, deines Erachtens, jawohl. Diesen Vote und deswegen darfst du heute bei mir eine Platzierung im Nachhinein ändern. Um eine Tier, ne? Um eine Tier nach oben oder unten. Ich habe schon extra mich so gut vorbereitet wie noch nie, indem ich mir die Tiers aufgeschrieben habe. Okay, crazy. Okay, wir ringen uns einen Meier und wir ranken seine Dennis Diegmeier. Dennis Diegmeier, HSV-Legende natürlich, 203 Bundesligaspiele. Kein Tor. Stimmt. Ja. Aber das war auch nicht seine Aufgabe, würde ich behaupten, weil Dennis Diegmeier war halt jemand, also ich will ihm nicht zu nahe treten, aber der war halt dafür da, schnell die Linie, die Außenlinie auf und ab zu laufen. Und ein paar gute Flanken zu klagen. Und den Finger rein zu prügeln in die Mitte. Also, ich finde Dennis Diegmeier eigentlich... Sie müssen erst ranken. Ja, ich finde ihn eigentlich perfekt für das erste Ranking. Ja. Denn ich habe meine Entscheidung sofort getroffen und ich finde, er ist... Bist du fertig? Ich habe ihn eingerankt. Ich habe ihn als Senfei. Ich finde, es ist ein sehr guter Maßstab, um genau in die Mitte zu gehen. Sticht. Ja. Weil, haben wir noch gar nicht gesagt, wir ranken natürlich die Gesamtkarriere, nicht die Zeit in der Bundesliga, sondern alles davor und danach. Einfach wild drauflos ranken wir. Weil, ja, sonst wäre es ein bisschen langweilig tatsächlich geworden, weil sonst hätten wir mal gucken können, wie lange hat der in der Bundesliga gespielt und wie gut das wäre. So hat man auch ein bisschen Interpretationsspielraum. Er hat viel in der Bundesliga gespielt, deswegen finde ich, muss er mindestens in der Mitte sein. Er war jetzt halt aber auch kein... Nichts, was ihn irgendwie nach oben qualifizieren würde. Kein Top-Bundesligaspieler und auch davor und danach hat er vor allem... Also danach jetzt, ähm, bei Sandhausen natürlich lange hat dem HSV dann noch was eingeschenkt, aber halt in der zweiten Liga, jetzt in der dritten Liga. Geht nicht höher als das. Finde ich gut, finde ich gut in der Mitte. Den nächsten legst du vor, oi, und ist eine Bundesliga-Legende in meinen Augen. Es ist eine absolute Bundesliga-Legende, die Jüngeren von euch werden ihn nicht kennen. Klaus Reitemeier, Wolfsburg-Legende, so um die Jahrtausendwende da gewesen und einfach auch eine, ja, eine Erscheinung der Bundesliga. Auf jeden Fall. Richtig, eine Figur der Bundesliga, sah schon immer aus wie Mitte 40. Genau, ich wollte gerade sagen, der ist gefühlt 40 Jahre alt gewesen, als wir Bundesliga-Fans geworden sind und hat noch zehn Jahre gespielt. Ja. Ist nach Wolfsburg noch nach Gladbach als zweiter Mann, glaube ich, gegangen, zweiter Keeper. Klaus Reitmeier, ja, also ich glaube, der ist sogar, wenn mich nicht alles täuscht, ist der mit den Wölfen aufgestiegen vielleicht sogar. Oder halt im ersten Bundesliga-Jahr dazugekommen. Aber mit meinem Bauch ist der irgendwann Mitte, Ende 90er dazugekommen. Er hat vorher schon Bundesliga gespielt, bei Karlsruhe, tatsächlich, mehrere Jahre. Also der Typ hat 335 Bundesliga-Spiele. Ja, das ist viel, das ist viel. Und das ist natürlich über Dennis Diekmeier, das ist der Eiersalat. Ja, da gehe ich komplett mit, ist auch für mich ein Eiersalat. Der Klaus Reitmeier-Salat. Ja, doch, alles andere wäre da fehl am Platz. Okay, noch gehen wir parallel. Mal gucken, ob wir das immer noch so tun, wenn wir über Stefan Meierhofer sprechen. Einer der coolsten Meier, die hier auftauchen können, in meinen Augen. Warum? 2,02 Meter Mittelstürme. So groß und so einen langen Hals, dass er, als er im Winter gespielt hat, ich erinnere mich an ein Spiel für Duisburg, Schal getragen halt einfach auf dem Rasen, eine Schlauchstahl. Weil es ein Hals so lang ist, weil es eine Giraffe. Der kühlt aus. Geil, ja. Zwei Bundesliga-Spiele ist für mich ein bisschen auf Augenhöhe mit Reitmeier, muss ich sagen. Ja, das ist schwer. Wir müssen ranken. Der hat nicht viele Bundesliga-Spiele gemacht, aber deswegen ranken wir nicht danach, sondern die restliche Karriere. Ja, und die war ja in Ordnung bei ihm, kann man gar nichts sagen. Für mich ist es trotzdem Moha-Ei. Ja. Weil, also zweitunterste. Weil halt abgesehen davon hat er halt nie wirklich, sagen wir mal, auf absolutem Top-Niveau gespielt. Er hat viel in Österreich gespielt, war da glaube ich sogar mal Torschützenkönig. Mit Sicherheit, ja. In der österreichischen Bundesliga, aber ansonsten war da halt nicht viel und es war jetzt auch nicht so, dass er jetzt hier irgendwie dann auch in diesen Lower-Tier-Ligen, sage ich es jetzt mal, also nicht Top-Tier-Ligen sozusagen, jetzt auch nicht alles an die Wand geschossen hat. Seinen Höchstwert, ja gut, einmal österreichische Bundesliga 23 Buden, aber ansonsten ein-, zweimal noch zweistellig. Er ist aber, also ich gehe eins höher als du. Okay. Ich gehe in die Senfeier, er hat den slowakischen Pokal gewonnen, das ist für mich eine Tier schon mal hoch. Er hat mit Duisburg im Pokalfinale gestanden, er hat aber, und das ist der Grund, warum ich trotz der weniger Bundesliga-Spiele zum Beispiel als Dennis Diegmeyer, ihn ins selbe Tier packe, immerhin 19 Länderspiele für Österreich gemacht, also auf internationaler Ebene sein Land vertreten und das reicht mir, um zu sagen Senfeier. Dennis Diegmeyer hätte mehr Länderspiele für Österreich gemacht. Das kann sein, aber dafür hätte er erstmal Österreicher sein müssen, das hat er ja auch nicht geschafft. Ist meine These, machen wir weiter mit dem nächsten. Außerdem würde es dann Dösterreich heißen, oder? Der hat doch immer alles mit D, das ist doch so die Diegmeyer-Nummer, ne? Oh! Legende. Erik Mayer. 100% Mayer. Kennt ihr mittlerweile von den Kollegen von Sky natürlich, war aber auch ein sehr guter, oder sagen wir mal ein sehr langjähriger Bundesliga-Stürmer. HSV Leverkusen gewesen. In meiner Erinnerung hat er sich ausgezeichnet durch großen Arbeitseifer als Stürmer. Es würde mich nicht wundern, wenn der mehr Assists als Tore gemacht hat in der Bundesliga. Er war auf jeden Fall immer einer, der so beides gerockt hat, sozusagen. Er war lange in der Bundesliga, war aber nie einer so dieser Top-Stürmer. Das, was ich mit Erik Mayer verbinde, ist, dass meine Mutter ihn unglaublich attraktiv fand. Oh, tatsächlich? Ja, irgendwie war, also sie hat sich nicht für Fußball interessiert, aber Erik Mayer kannte sie, weil das ist doch der Schöne. Ja, der Schöne weiß gar nicht, wie häufig er das gehört hat in seinem Leben. Ja, ist jetzt für mich auch nicht so unbedingt. Aber ich muss, ich sage bei ihm, ich gucke jetzt mal nach, wie er in der Bundesliga performt hat, also ich habe mein Ranking, jetzt muss ich wieder vorlegen, ist das richtig? Ja. Ich gehe mit ihm in Eiersalat. Sticht. Krass, okay. Übrigens, UEFA-Pokalsieger. Und zur Gesamtkarriere gehört dann für mich eben auch, dass er, was er danach gemacht hat, der hat davor für Liverpool gespielt. Das ist schon eine ordentliche Karriere, die Erik Mayer dahin gelegt hat, vor Hamburg. Ach, ist der? Der ist von Liverpool zu Hamburg, ja. Krass, ja, und mit Liverpool dann eben auch offiziell UEFA-Cup-Sieger geworden, obwohl er kein einziges Spiel gespielt hat. Das spielt keine Rolle, aber... Ja, aber das war so ein, der hat mit Uerdingen übrigens noch Erste Liga gespielt, Bundesliga. Das ist lange her. Und hat da elf Tore, fünf Vorlagen gemacht, dann der Wechsel zu Leverkusen und er war immer so dieser, sechs Tore, fünf Vorlagen, sieben Tore, fünf Vorlagen, vier Tore, sieben Vorlagen. So einer ist er. Und so hat er es auch durchgezogen, dann beim HSV auch, dann hat er noch bei Aachen gespielt, zweite Liga, mehrere Jahre. 100% Eiersalat. 100% Eiersalat. Absolut, gehen wir gemeinsam. Dann haben wir den nächsten, das ist Lovromeyer, also ein aktuelles Beispiel. Ist natürlich noch nicht ganz so zu bewerten wie die, die ihre Karriere schon beendet haben. Ich lege vor und gehe in Senfeier, in die Mitte. Warum, sag ich gleich? Ich muss mitgehen. Ich glaube, es ist die einzig faire Einteilung, die wir bis jetzt tätigen können. Ganz einfach aus dem Grund, dass Lovromeyer jetzt vielleicht noch nicht in der Bundesliga so überzeugend war, aber jetzt schon 35 Bundesligaspiele gemacht hat und vor allem, was er vorher gemacht hat, ist für mich ausschlaggebend. Weil er war einer der besten Spieler der Ligue 1. Ja. Zumindest in einem Jahr und in dem Jahr danach war er auch noch sehr gut. Der Verein auch Probleme gehabt, ja. Genau, aber gerade in dem Jahr 2021, 2022 war er wirklich einer der besten Spieler in dieser Liga. War richtig, richtig gut und ja, vielleicht ist das ein Ticken zu hoch. Aber wir geben ihm das Vertrauen, muss man ja sagen. Ich glaube immer noch in die Qualität des Spielers. Ich glaube, es ist nicht leicht bei Wolfsburg aktuell zu glänzen. Das glaube ich auch. Unverletzt, unverletzt gewesen jetzt auch zuletzt. Seit er da ist. Ich gehe auch in die Senfeier und da kommt Max Meier. Und da weißt du, Kröger, wenn du seinem Berater zugehört hast, Kröger, Krögi, mich von mir anstecken lassen. Also so heiße ich ja, deswegen kannst du mich auch... Ja, aber ich bin eigentlich niemand, der Nachnamen ruft. Alles klar, Heimer. Wenn du dazugehört hast, dann weißt du ja, dass der Mann ein Weltklasse-Spieler ist bei seinem Berater. Und für einen Weltklasse-Spieler gibt es nur eine Einordnung und das ist Moha. Habe ich auch. Ah, scheiße. Habe ich auch, weil, also ich glaube, viele haben jetzt so eine Initialidee, ihn ganz nach unten zu ranken. Aber das wäre auch nicht fair. Wir wissen ja, weil es kein Blind-Ranking ist, A, was noch kommt und B, ist es nicht fair, weil was er wirklich war, war ein Weltklasse-Talent. Er hat zumindest Weltklasse-Potenzial gezeigt. Der ist U17-Europameisterschaft Torschützenkönig geworden. Der ist, glaube ich, U21-Europameister geworden. Der hat am Anfang seiner Karriere richtig gut ausgesehen. Und ich meine, er ist dann nach auch in größeren Klubs gut rumgekommen, hat jetzt nicht immer überzeugt, hat die Welt gesehen, hat bei vielen Mannschaften gespielt. Hat bei vielen Mannschaften mal Geld bekommen irgendwann. Ja, deswegen kann man ihn, finde ich, auch nicht höher setzen, weil ich meine, der Typ ist 29 und spielt mittlerweile bei Abol Niko Sia nichts gegen diesen Verein. Aber hatte er sich anders vorgestellt irgendwann mal. Ja, bei Crystal Palace, das war nicht unbedingt was. Schweiz, genau, Kurzauftritt bei Köln noch gehabt. Türkei, Dänemark? War das Dänemark? Ja, doch, war auch. Midtjylland, ja. Ja, Max Mayer ist ein Mohai und das wird ihn selber am allermeisten ärgern. Aber so ist es, so ist es. Der nächste ist Oliver Batista Mayer, das nächste große Talent, absoluter Talent. Der tut mir leid, ich habe das Gefühl, der ist schlecht beraten, weil das läuft ja relativ ähnlich immer bei ihm. Letzte Saison dann dritte Liga für, wem war es für, wer, glaube ich, ne? Ich glaube, 20 Scorer in 18 Spielen, dann sagt Dynamo, den holen wir mal zurück, denn er spielt ja inzwischen ein Fest für Dynamo. Aber wir haben gar nichts mit ihm anzufangen, Lein ihn aus zu Grashoff aus Zürich und dann macht er acht Einsätze und macht nix. Das ist so ein bisschen die Oliver Batista Mayer-Geschichte. Ey, aber gerade diese Woche geglänzt mit zwei Torvorlagen im DFB-Pokal. Ja. Er ist halt, er war halt mal, das darf man halt nicht vergessen bei ihm, der war halt mal ein richtig großes Talent auch. Entschuldigung, das war, er hat letzte Woche eins gemacht und im ersten Spiel gegen Düsseldorf auch eine. Aber er war auch beim zweiten Tor beteiligt, bin ich der Meinung. Lege ich vor oder legst du vor? Ich lege vor und ich gehe ein tausendjähriger Ei. Bam, ich auch. OBM ist ein tausendjähriges Ei. Es tut mir leid, aber wenn man sich das anguckt, wenn man sich die Karriere anguckt, wie die verlaufen ist, bei welchen Stationen, in welchen Ligen er gespielt hat, dann ist er schon nochmal eine kleine Nummer hinter einem Max Mayer. Wie gesagt, der hatte eine bessere Jugendkarriere, einen besseren Start in die Karriere. Max Mayer hat ein Bundesligaspiel gemacht und zwar zwölf Minuten lang. Max Mayer? Oliver Batista Mayer. Ja. Und das ist, glaube ich... Das reicht nicht. Das reicht dann nicht, vor allem mit dem, was danach... Ich habe den jahrelang bei FM immer geliehen, weil wenn ich eine Safe in der niedrigklassigen Liga gestartet habe, konntest du immer Oliver Batista Mayer leiern. Oh, Alter. Schön weg leiern. Also die letzten 30 Sekunden waren wirklich komplett Schlaganfall. Oliver Batista leiern. Oh, herrlich, das war gut. Okay. Oh. Sepp. Ah ja, gut. Ah ja, gut. Ja, gut. Da bleibt uns nicht viel anderes übrig, als Sepp Spiegel... Ah ja. So ist es. Ihn ganz nach oben zu packen. Der Mann hat 473 Bundesligaspiele, ist eine Torwartlegende. Die Katze von Anzig. Anzig? Ich glaube, ja. Nee. Anschwang? Nee, irgendwie anders. Aber irgendwas mit A, oder? Ja, ja, das stimmt. Der Anfang passte. Die Katze von... Und ich vielleicht auch am Ende. Die Katze von... Ich habe das natürlich jetzt falsch gegoogelt. Okay, dann sag ich Ihnen noch dazu. Der ist Weltmeister geworden. Der ist Champions... Diverser Champions League Sieger geworden. Äh... Keine Ahnung. Anzig. Nicht Anzig. Anzig. Ah ja, sehr gut. Der hat viermal die Meisterschaft gewonnen. Das spricht wahrscheinlich Anzig. War alles gut von mir. Dreimal Europapokal der Landesmeister. Ja, da gibt es keine Diskussion. Europameister ja auch noch dazu geworden. Also in meinem Kopf gibt es nur zwei Mayers, die nach ganz oben gehören und er ist einer davon. Okay. Interessant. Dann haben wir... Und das ist der... Arnemeier, den zweiten Spiegelei-Kandidaten. Ich weiß ganz genau, wo Arnemeier hingehört. Ja. Und ich muss jetzt kurz mich selber checken, weil ich habe auf jeden Fall einen Softspot für Arnemeier. Oh, okay. Das liegt bestimmt auch daran, weil er mal bei uns in 16 Uhr Radioverbot zu Gast war und sehr sympathisch war. Aber dennoch finde ich, Arnemeier ist ein ganz klassisches Senfai. In die Mitte? Ja. Hab ich auch. Wir sind zu... Ich hätte gedacht, dass es mir auch Unterschiede gibt. Das Ding ist ganz einfach. Der Mann hat 161 Bundesligaspiele mit 25. Das ist besser als Max Mayer. 25 immer noch? Wow. Ja, das ist halt so krass. Das ist besser für mich als Max Mayer und Stefan Mayerhofer. Ja, ist es auch. Da habe ich eins drunter. Da kann ich ihn nicht mit reinpacken. Ich nicht. Er ist vielleicht nicht der beste... Okay. Er ist vielleicht nicht einer der besten Bundesliga... Also, was heißt vielleicht? Er ist keiner der besten Bundesligaspieler. Aber er ist ein Bundesligaspieler und das seit gefühlt zehn Jahren, auch wenn wir gerade gelernt haben, dass er erst 25 ist. Mal mehr, mal weniger Spieler. Aber er ist halt einfach seit Jahren mit dabei und gehört mit dazu. Und das ist halt besser als viele andere. Also, gehen wir beide in die Mitte, gehen wir beide in Senfeier und kommen damit zu Florian Kastenmeier. Ui, 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 ui. Wie viel Namensbonus kriegt der als Torwart mit dem Namen Kastenmeier, ist halt die Frage. Das muss man damit einrechnen. Das ist vielleicht ein bisschen kontrovers, für mich Kastenmeier. Für mich gehört der ins Tier Kastenmeier, ganz klar, Kasteneier, Senfeier in die Mitte. Wirklich? Ja. Da überrasche ich dich jetzt. Ja, weil ich habe hier ein Moha-Ei für mich. Ja, ist doch gut, dann haben wir mal einen Unterschied endlich. Also, du sagst KM, Kastenmeier, FKM ist ja seine Abkürzung. Es wäre so schön, wenn er Carsten heißen würde, oder? Carsten Kastenmeier wäre ganz krank, ja. Boah, das wäre richtig gut. Gibt es einen zweiten Namen? Da muss man die Eltern auch mal hinterfragen. Nee, gibt es nicht, okay. Ja, doch, finde ich gut. Also, du sagst, FKM ist ein Senfei. Ich sage, es ist ein Moha-Ei. Und jetzt so langsam unterscheiden wir uns hier ein bisschen. Ja, ich kann es auch verstehen, dass man ihn mit gerade mal 17 Bundesligaspielen darunter rankt. Und vielleicht habe ich hier den Softspot. Und es ist auch schwierig, ihn argumentativ, glaube ich, in ein Tier mit Arne Meier zu packen. Mein Grund, warum ich das gemacht habe, ist, dass er seit Jahren in meinen Augen einer der besten Zweitliga-Torhüter ist, die es gibt. Das stimmt. Und das rankt ihn für mich über Stefan Meierhofer und Max Meier. Natürlich könnte man, ich finde, er gehört dazwischen. Es geht nicht, deswegen habe ich mich für Senfeier entschieden. Aber er ist für mich so ein Fringe-Kandidat. Ja, also ich verstehe es. Ich bin... Ich finde ihn zu gut individuell, um ihn jetzt mit Stefan Meierhofer und Max Meier zu vergleichen. Also für mich wäre er auch natürlich, wenn ich ihn woanders hinschieben müsste, nur nach oben. Auf gar keinen Fall würde ich noch weiter runtergehen. Also wir sind da schon tendenziell in einer ähnlichen Richtung unterwegs auf jeden Fall. Das bräuchte ein Zwischentier. Das habe ich ja gerade erfunden. Ja. Mit Kastenmeier. Genau, eigenes Tier einfach. Okay, der nächste Kandidat ist Alexander Meier und zwar der Backup-Keeper von Borussia Dortmund. Ist das nicht immer der beste Alex Meier der Bundesliga? Nee, das bestimmt nicht. Ja, also... Naja, gut, am Ende des Tages kann man aber trotzdem auch sagen, dass er es eigentlich immer ordentlich macht, wenn er für Kobel ein... Und Kobel hat sich übrigens gestern wieder verletzt vorgestern. Ja, stimmt. Also wird wohl am Wochenende wieder spielen, Alex Meier. Ähm... Oh... Du musst vorlegen, oder? Ja, ich muss mal vorlegen. Ja, hast du vollkommen recht. Und ich glaube, ich gehe... Nee, ich gehe auch da ins Moha-Ei. Ich gehe ins tausendjährige Ei. Damn, ja. Weil, sorry Alex Meier, aber guckt euch die Karriere an. Ist halt nicht... Er ist auch über 30, oder? Er ist halt nicht besonders... Also die Karriere ist einfach nicht so relevant. Er ist 33. Ja. Da kann man ihm auch keinen Bonus geben für das, was vielleicht noch kommt. Ähm... Ich habe natürlich... Er hat bei Regensburg gespielt, ja. Wohl wissentlich mitbewertet, dass er bei einem der beiden größten Klubs Deutschland spielt. Das ist ja klar, dass ich hier keine Wurzeln mit abfangen will von Dortmund-Fans, sondern das hat er sich verdient in meinen Augen. Mhm. Ja. Ja, aber das reicht halt einfach, weil die anderen haben alle gespielt. Ja, ja. Ja, ja. Also alle... Also die Unter... Ich bin auch wirklich bei Alexander Meier BVB-mäßig nur über die unteren beiden Tiers bereit zu sprechen. Alles andere ist Wahnsinn. Und du hast mir natürlich jetzt die Chance genommen, indem du ihn schon noch ganz unten gemacht hast, dich damit ein bisschen zu ärgern. Denn ich darf ja gleich noch was verändern bei dir. Genau. So, vorher ranken wir aber... Uwe Hühnemeier. Hühnemeier. Oh. Auch ein sehr passender Name, so wie Kastenmeier, weil es ist ein Hühne. Ja, es ist ein Hühne. Der ist gut rumgekommen. Ich erinnere mich an sein Bundesliga-Debüt beim BVB mit 17, glaube ich. Mhm. Ähm... Einwechslung. Mittlerweile 38. Und, glaube ich, immer noch bei Paderborn? Als Co-Trainer, ja. Oh, guck an. Ähm... Hühnemeier. Tja, ja, ja. Jetzt legst du wieder vor. Ich lege vor und ich lege vor mit... Moha-Eier. Ich sag auch. Ich sag auch. H und M, Hännes und Mauritz gehen in die Moha-Eier. Die Moha-Eier. Das ist auch in meinen Augen die richtige Entscheidung. Hühnemeier wirklich jemand, der mit seinem Namen fast ein bisschen mehr verdient hat, weil es einfach ein sehr, sehr guter Name ist. Man muss halt dazu sagen, er hat, ja, 53 Bundesliga-Spiele gemacht, okay. Ähm... Für wen denn überhaupt so viele? Ja, man fragt sich, ne? Also 16 für Paderborn. Für Brighton wird er nicht viele Bundesliga-Spiele gemacht haben. Ah, hier nochmal für Paderborn davor. 32. Okay, ja, dann kommen wir so langsam hin. Das war's. 16, 32. Eins für den BVB. Ja. Zwei für den BVB. Ja, ja. Immer eins pro Saison. Genau. Immer mit einer Minute. Ich habe eingewechselt einmal. Immer mit einer Minute. An eine davon kann ich nicht erinnern, an eine Einwechslung. Es ist crazy. Einmal hat er 90 Minuten gespielt, immerhin für den BVB. Ja. Ähm... Ja, nee, aber... Man muss doch nicht wie Meier jetzt. Ich will nicht mehr diese ganzen Meier-Science-Hike, aber mal einen guten Meier. Ja, okay. Aha! Alex Meier, unterstach. Direkt ist der Einzige, der in das selbe Tier gehört wie Sepp Meier. Und diese Aussage möchte ich stark hinterfragen, weil in meinen Augen kann man das nicht machen. Ein bisschen überkultet. Bundesieger, Torschützenkönig. Alex Meier, Fußballgott, kannst du nicht in meinen Augen in das gleiche Tier ranken wie einen Welt- und Europameisten, dreifachen Champions-League-Sieger und dreimaligen Fußballer des Jahres? Ja, du wirst sehen, was dir gleich wieder fährt, mein Lieber. Weil eventuell geht es mir gar nicht darum, dein Ranking zu torpedieren, sondern um die Ehrenrettung einer Eintracht-Legende. Das kann absolut passieren hier. Das ist aber... Das kann passieren, Krüger. Das ist falsch dann. Du kannst nichts machen. Okay. Du kannst nichts machen. In meinen Augen falsch, sagt Meier und Alex Meier in ein Titel. Das ist ja dann super. Das ist ja quasi genau das, was ich dann machen will damit. Richtig. Ja. Alex Meier gehört ins oberste Tier. Das ist natürlich jedem klar, denn der Mann trifft, wie er will, sogar mit dem Zopf. Ihr habt es rausgehört, für mich Eiersalat. Ich finde ihn okay eingeordnet mit Erik Meier und Klaus Reitmeier in einem Tier. Das ist crazy. Haben wir noch einen Meier? Nein. Ausgemeiert? Es hat sich ausgemeiert. Ich würde sagen, bevor ich meinen Joker einsetze, ziehst du den Joker für die nächste Woche. Ja. Und ich kann dir... Ich lasse dich jetzt an meinen Gedanken teilhaben. Oder wir gucken erst mal, was du hast. Oder was wir haben. Wir haben. Aber du hast schon ganz richtig, was ich dann nächste Woche habe. Ja, eventuell. Also es gibt für mich zwei Kandidaten bei dir. Entweder... Das kann nicht sein. Entweder es ist der Kacko. Das kann doch wirklich nicht sein. Das ist so crazy. Sag mal, hat Niklas vielleicht hier... Ist ja hier eingebrochen, hat alles in Kackhaufen vertauscht? Nein, so gut. Kann der gar nicht basteln. Aber Kacken. Also, ich lasse dich teilhaben an meinen Gedanken. Es sind tatsächlich... Es sind drei unterschiedliche. Entweder ich mache Diekmeier in Eiersalat bei dir. Oder Alex Meier in Spiegelei. Das sind meine beiden Varianten. Und das ist... Jetzt ist halt wirklich die große Frage, was ich hier machen möchte. Möchte ich den Leuten nochmal klar und deutlich machen, dass Erik Meier und Alex Meier nicht auf einem Niveau sind? Oder wissen sie das selbst? Und ich muss da gar nicht anfassen. Du wirst dafür abgestraft. Ich hebe Dennis Diekmeier ins Eiersalat-Tier und stelle ihn damit auf Augenhöhe. Den Mann, der noch nie in der Bundesliga getroffen hat, mit einem Bundesliga-Torschützenkönig. Ich weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast, Christoph Kröger. Aber was ich weiß ist, dass ihr jetzt abstimmen könnt. Link findet ihr im PIN-Comment. Und jetzt sind wir mal gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Ist natürlich Quatsch, das so zu machen. Ich finde, ich bin aber doch noch glimpflich weggekommen, weil ich hätte was anderes gemacht. Sag doch mal, was du gemacht hast. Jetzt ist ja fertig. Ich mache nichts mehr. Ich hätte Sepp Meier eins runtergesetzt. Ah, okay. Das wäre halt... Das wäre frech. Das wäre richtig frech gewesen. Stimmt eigentlich. Aber finde ich gut, weil du hättest sonst all das wirklich Legenden-Splashing. Und ich finde aber auch, dass man Dennis Diekmeier im Eiersalat schwer tragen kann. Slashing habe ich gerade gesagt. Die Mischung aus Slendern und Bashing. So, ihr stimmt jetzt ab. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und eine Sache noch. Abonniert den Kanal und gerne Tierlis-Vorschläge in die Kommentare. Ja, kann nicht schaden. Macht's gut. Tschüss. Vielen Dank an der Stelle nochmal an CyberGhost, dem Sponsor für das heutige Video. Mit CyberGhost sind eure Daten und eure Privatsphäre im Internet geschützt. Aber nicht nur das. Es ermöglicht euch auch den Zugang zu gesperrten Inhalten im Internet. Und wenn ihr auf den Link in der Videobeschreibung geht, sichert ihr euch 83% Rabatt. Das bedeutet, ein Preis von 2,03 Euro für einen Monat. Aber ihr bekommt quasi zu diesem Preis noch vier Monate kostenlos dazu. Inklusive 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis vorhin. Vielen Dank.